Der E-Propulsion E-Light ist auf der Boot Düsseldorf eingeschlagen wie eine Bombe. Aus dem Nichts präsentiert E-Propulsion den günstigsten Außenborder mit integrierter Batterie auf dem Markt. Wir schauen uns heute mal die Vor- und Nachteile an und nehmen euch mit auf eine Testfahrt. Für welchen Bootsfahrer eignet sich der E-Light besonders gut? Das und vieles mehr erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Moin liebe Bootsfahrer, herzlich willkommen bei E-Boots Motoren TV. Ich bin Johann und begrüße euch zu einem neuen Video. Ihr kennt sicherlich schon unser Video zum E-Propulsion Spirit 1.0 Plus, unserem bislang meistverkauften Elektromotor. Die Marke E-Propulsion ist jedem ein Begriff und steht vor allem für eins, ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. An meiner Seite steht heute der E-Propulsion E-Light. Dieser wurde auf der Boot Düsseldorf 2024 ganz neu und ohne Vorankündigung vorgestellt. Ich war am ersten Wochenende als Aussteller mit vor Ort und der Andrang war wirklich enorm. Wie immer starten wir mit den technischen Daten im Überblick. Der E-Propulsion E-Light hat 500 Watt Dauerleistung. Die Schubkraft des Motors ist mit einem 1,5 PS Benziner vergleichbar. Der Motor hat auch eine Boost-Funktion. Wenn man mal schnell beschleunigen oder manövrieren muss, kann der Motor bis zu einer Minute lang mit 750 Watt fahren, also 50% mehr. Bei der Dauer kommt es jedoch auch auf den aktuellen Akkustand an. Im Lieferumfang des E-Light ist ein 378 Wattstunden Lithium-Akku enthalten. Die Batterie befindet sich direkt im Schaft des Motors eingebaut und das erleichtert das Handling natürlich ungemein. Man muss nichts verkabeln und auch nicht mehrere Teile zum Boot tragen. Der Nachteil, man kann die Batterie nicht austauschen und auch keinen Wechsel-Akku nachbestellen. Die E-Propulsion-Motoren haben ja nur eine sehr geringe Servicequote von unter einem Prozent. Falls aber doch mal etwas kaputt geht, müsste der Motor auf jeden Fall zur Reparatur geschickt werden. Eine austauschbare Batterie wäre sicherlich besser, aber auch teurer in der Herstellung. Der E-Light ist natürlich ein absolutes Leichtgewicht. Zusammen mit dem Bracket wiegt das Komplettsystem nur 7,7 kg. Man kann den Motor über den Knopf hier einfach vom Bracket lösen und der Motor selbst hat nur ein Gewicht von 6,7 kg und lässt sich sehr, sehr leicht tragen. Man kann die Pinne auch runterklappen, feststellen und hat dann einen perfekten Tragegriff. Das Bracket vom Motor kann zuerst angebaut werden und auch problemlos am Boot bleiben. Wenn man sogar mehrere Boote hat, kann man sich auch noch ein Bracket nachbestellen und an jedes Boot eins hängen. Einhängen kann man den Motor dann anschließend ganz einfach dank des Klickmechanismus, dann rastet der Motor ein und ist festgestellt. Die Motoren sind selbstverständlich salzwasserbeständig. Auch wenn es auf den ersten Blick gerade bei dem Ladeanschluss nicht ganz so aussieht, ist der ganze Motor laut ePropulsion IP67 wasserdicht. Den ePropulsion E-Light gibt es standardmäßig als höhenverstellbaren Schaft mit vier Stufen. Die höchste Stufe beträgt 40 cm von der Auflage der Halterung bis zur oberen Spitze des Propellers und ähnelt dem klassischen Kurzschaft. Die Stufen darunter haben einen Abstand von je ca. 4 cm, also 36, 32 und 28 cm. Wenn ich jetzt in sehr flachen Gewässern unterwegs bin oder einen Kajak habe, bei dem ich eine geringere Eintauchtiefe benötige, ist das alles problemlos machbar. Allerdings nicht spontan während der Fahrt, sondern nur mittels Sechskant und festem Verschrauben. Der Standard-Zweiblatt-Propeller hat einen Durchmesser von 20 cm und ist aus robustem Kunststoff. Wie immer hat der Kunststoff-Propeller einige Vorteile. Vor allem im Schadensfall kann der Propeller sehr günstig ersetzt werden. Da wir gerade am Propeller sind, das Motorgehäuse ist im Vergleich zu den anderen Außenbordern mit integrierter Batterie sehr schmal und hat sehr wenig Wasserwiderstand. Welche Fahrzeit lässt sich denn jetzt mit dem E-Light erreichen? Wie immer kommt es ganz darauf an, was du für ein Boot hast und wie schnell du fahren möchtest. Unter Volllast bei 500 Watt reicht die Batterie für ca. 40 Minuten. Die Geschwindigkeit liegt bei einem gut laufenden Schlauchboot bei bis zu 7,5 kmh. Innerhalb der kurzen Zeit könnte man somit bis zu 5 km zurücklegen. Bei halber Leistung von 250 Watt kann man ca. 1 Stunde und 20 Minuten bei 6 kmh erwarten. Insgesamt also eine Reichweite von 8 kmh. Das ist aus unserer Erfahrung auch eine angenehme Geschwindigkeit, die sich nicht zu langsam anfühlt. Natürlich kann man auch noch langsamer fahren. Mit rund 100 Watt ist man 3 bis 3,5 Stunden am Stück unterwegs. Das macht dann an einem Schlauchboot gut 4, 4,5 kmh und man kann in einer Batterieladung bis zu 15 km zurücklegen. Ihr seht schon, der E-Propulsion E-Light ist nicht für Dauerfahrer gemacht, die am Tag 4 bis 8 Stunden fahren wollen. Es gibt aber verdammt viele Bootsfahrer, die ohnehin nur kurz mal 10 Minuten zum nächsten Restaurant oder zur Marina fahren wollen oder vielleicht mal 1 bis 2 Stunden einen Ausflug mit den Kindern zum Baden. Und dafür ist der E-Light wirklich perfekt ausgelegt. Am Anfang ist ein 110 Watt Ladegerät mit dabei. Mit dem ist die Batterie in 3 bis 4 Stunden wieder voll geladen. Also einfach abends an die Haushaltssteckdose und am Morgen kann es direkt weitergehen. Es gibt optional ein 12 Volt Ladegerät fürs Wohnmobil oder das Auto und auch einen Solarladeregler. Ein großer Vorteil, man ist nicht an das E-Propulsion Solarpanel gebunden, sondern kann einfach ein handelsübliches Panel nutzen, auch die flexiblen, solange man auf die Spannung achtet. Mit dem Solarpanel kann dann natürlich auch während der Fahrt geladen werden. Ich finde, der E-Propulsion E-Light macht einen sehr sportlichen und effizienten Eindruck. Die Farbe sieht cool aus und die Akzente kommen sehr gut zur Geltung. Das Design mit Motor und Akku in einem Stück kennt man natürlich schon von Remigo oder Temo. Jedoch sind die Modelle mit einem KW-Leistung deutlich wuchtiger und schwerer, von daher finde ich es hier sehr, sehr gut gelöst. Ich zeige euch jetzt mal die Steuerung. Die Pinne kann ja in verschiedenen Winkeln nach oben und unten geklappt werden. Dafür müsst ihr hier an der Seite diesen Hebel rausziehen und dann bei der nächsten Einraststufe geht der Hebel wieder zurück. Ihr könnt den Hebel auch noch weiter rausziehen, dann ist die Pinne ganz flexibel. Damit lässt es sich allerdings nicht ganz so gut steuern. Ganz wichtig, zum Ausziehen müsst ihr den Knopf an der Seite der Pinne drücken. Es kann also auch nicht aus Versehen passieren. Von E-Propulsion total gut gelöst. Ich wusste es allerdings nicht und habe auch schon den ersten Motor kaputt gemacht. Also da bitte aufpassen, dass euch das nicht passiert. Der große Vorteil von der Ausziehbaren Pinne ist natürlich, dass ihr im Schlauchboot auch etwas weiter vorne sitzen könnt oder dass ihr im Stehen beim Angeln beispielsweise manövrieren könnt. Für den Transport wird die Pinne ganz einfach nach unten geklappt und festgestellt. So kann die Pinne als Tragegriff genutzt werden und so passt der E-Light dann auch in die Tragetasche. Die Tragetasche ist zugegebenermaßen recht einfach gehalten, aber sie passt gut und ist ja auch schon im Preis mit enthalten. Natürlich kann der Motor auch vorwärts und rückwärts fahren. Dazu müsst ihr lediglich an der Pinne drehen. Einmal nach vorne und einmal nach hinten. In der Mitte gibt es so einen sehr angenehmen Einrastpunkt. Das ist sogar besser gelöst als beim Spirit Plus. Und die Haptik von der Pinne gefällt mir auch sehr, sehr gut. Die erste Besonderheit des Motors ist ja die Boost-Funktion. Um die zu aktivieren, müsst ihr zweimal auf den Power-Knopf drücken und dann erscheint unten rechts in der Ecke ein Symbol mit einem S. Dann ist die Boost-Funktion für eine Minute aktiviert und geht anschließend auch von alleine wieder aus. Weiter geht es mit der nächsten Besonderheit und das ist das verbesserte und optisch ansprechende Display. Effektiv haben wir hier ein modernes Display mit dem aktuellen Verbrauch und der verbleibenden Kapazität. Dafür muss man dann einmal auf den Knopf drücken und dann schaltet sich das Menü um. Leider nicht die verbleibende Fahrzeit und Reichweite. Das hätte ich mir noch gewünscht. So muss man jetzt tatsächlich selbst Pi mal Daumen rechnen. Das ist ein bisschen schade. E-Propulsion hat noch eine Kleinigkeit verbessert. Einigen ist es schon passiert, dass sie den Magnetschip vergessen haben und bei manchen ist er sogar während der Fahrt ins Wasser gefallen. Beim E-Light gibt es jetzt die Möglichkeit, den Motor ohne Magnetschip einzuschalten. Wenn der Motor angeschaltet ist und ihr den Button für 6 Sekunden lang drückt, geht der Motor kurz aus und wieder an und kann dann ohne Magnetschip betrieben werden. Ihr könnt den E-Light übrigens auch als Powerbank fürs Handy nutzen oder natürlich für andere Geräte. Einfach das Smartphone per USB-C-Ladegerät anschließen und schon wird geladen. Echt cooles Gimmick, vor allem wenn man mal länger unterwegs ist und vergessen hat, sein Handy zu laden. Der E-Light lässt sich so wie fast jeder andere Außenborder hochklappen. Das macht sich dank des geringen Gewichts auch sehr angenehm. Man kann den Motor zu 75 Grad aus dem Wasser tilten. Außerdem gibt es noch den Auflaufschutz und dafür ist dieser blaue Hebel hier am Bracket. Ihr könnt den Motor freistellen und falls ihr dann im flachen Wasser eine Grundberührung habt, geht der Motor automatisch nach oben. Ihr müsst lediglich beachten, dass ihr nicht in den Rückwärtsgang schalten könnt, da der Motor dann ebenfalls nach oben kommt. Ihr könnt den Motor natürlich nicht nur hochklappen, sondern auch trimmen. Beim E-Light habt ihr drei Trimmwinkel zur Auswahl mit 8 Grad, 17 Grad und 27 Grad, je nach Beladung und Gewichtsverteilung eures Bootes. Dafür müsst ihr hier an der Seite einfach nur den Stift rausnehmen. Das macht sich innerhalb von 1-2 Minuten ganz ganz leicht per Hand. So könnt ihr dann auf eine gewisse Gewichtsverteilung oder andere Beladungssituationen im Boot reagieren. Kommen wir wie immer zum Lautstärketest im Trockenlauf. Wir haben uns mal so ein Lautstärke-Messgerät zugelegt. Das Messgerät zeigt rund 65 Dezibel an. Ihr hört es auch, es ist ein bisschen lauter als der E-Propulsion Spirit 1.0+. Interessant ist aber, wie sich das Ganze dann im Wasser anhört und daher gehen wir jetzt mal zum Praxistest. So, im ersten Schritt montieren wir jetzt mal das Bracket am Boot. Das geht relativ einfach innerhalb von ein paar Sekunden. Einfach darauf achten, dass das Bracket möglichst mittig hängt und dann anfangen hier an den beiden Schrauben festzuziehen. Und dadurch ersparen wir uns natürlich das ganze Handling auf dem Wasser mit dem schweren Motor. Zack, zack, zack. So, und schon ist es fest und den Rest machen wir dann im Wasser. Alright, den Motor hatten wir schon im Boot platziert. Jetzt mache ich die Pinne mal ein bisschen los und nach oben. Zack, und dann wird er einfach nur noch hier eingehangen. Zack, bis es klick macht. Die Pinne aufgrund der Sitzposition mache ich mir noch eine Stufe nach oben. Und dann, ja, du kannst auch schon losgehen. Alright, wir testen jetzt mal die Lautstärke vom E-Propulsion E-Light. Wir fahren ganz entspannt los. Man merkt auf jeden Fall eine gewisse Vibration. Aber man hört vom Motor fast nichts. Wenn ich jetzt ein bisschen lauter werde, wir sind bei 150 Watt, hört man den Motor leicht. Und jetzt bin ich bei Vollgas. Und jetzt, ich sag mal so ab 200, 300 Watt, höre ich eigentlich nur noch Wasser plätschern. Jetzt wird der Wind ein bisschen stärker. Aber vom Motor selbst höre ich eigentlich fast nichts. Also überzeugt mich auf jeden Fall. 9 von 10 Punkte. Alright, im nächsten Schritt testen wir mal die Beschleunigung von 0 auf 500 Watt. Beziehungsweise wir machen mal den Sportmodus ein. Nebenbei blende ich euch die App ein. Und los geht's. Zack, volle Power. Auf 500 Watt. Und los geht's. Wir sind jetzt in der Spitze bei 600 Watt aufgrund unseres aktuellen Akkustandes von, naja, so circa 30 Prozent. Und eine Geschwindigkeit erreichen wir von 6,5 kmh ungefähr. Gar nicht so schlecht. Aber bei einem 500 Watt Motor ist auch einfach nicht mehr zu erwarten. Wir nehmen jetzt mal für euch eine kleine Fahrkurve auf, starten bei 50 Watt, also bei sehr, sehr langsamer Fahrt und haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von circa 3,3,5 kmh. Bei 100 Watt sind wir bei circa 4,5 kmh. Wenn wir ein bisschen hochgehen auf 200 Watt, zack, ja, sind wir bei gutem 5 kmh, vielleicht sogar ein bisschen drüber. Ab zu 300 Watt. Ja, 5,7, knappe 6 kmh. Weiter geht's mit 400 Watt. Ein bisschen mehr noch. Okay. Ja, 6,2 bis 6,6,3. Und volle Leistung jetzt mit 500 Watt. Kommen wir mit dem e-Propulsion e-Light auf 6,5 kmh. So, Freunde der Sonne, wir waren gerade auf dem Rückweg mit dem e-Propulsion e-Light. Der Akku hat noch circa 10 Prozent angezeigt, ist aber schon ausgegangen. Wir sind natürlich auch mit voller Fahrt gefahren, weil es eigentlich nur noch so 50 bis 100 Meter zur Anlegestelle sind. Das heißt, jetzt wird zurückgepaddelt. Wir werden es nachher nochmal testen und gucken, wie es sich da verhält. Ja, ansonsten zum Fazit des Motors. Bin ich definitiv sehr überzeugt. Der Motor selbst ist sehr, sehr leise, sehr, sehr handlich vom Gewicht. Einfach perfekt. Gerade wenn ich normalerweise nur kurze Strecken fahren möchte. Mal zu einer Marina zurück. Mal zum Boot zur Anlegestelle. Mal kurz zum Restaurant. Dafür ist der e-Light wirklich super geeignet. Gerade für Beibroote und kleinere Schlauchboote. Ja, ansonsten das volle Fazit findet ihr gleich und auch nochmal den Vergleich mit der Konkurrenz. In diesem Sinne, bis gleich. Übrigens, das Boot, mit dem wir fahren, ist ein KL 270 von Alpuna. Wir sind gerade noch im Aufbau von einer weiteren Seite www.schlauchboot-profis.de und da wollen wir dann auch Bootsbesitzern oder zukünftigen Bootsbesitzern helfen, das passende Boot auszuwählen. Natürlich auch gern in der Kombination mit dem passenden Elektromotor. Also, wenn ihr zufällig ein Schlauchboot sucht, sprecht uns gerne an, schreibt uns eine Nachricht, ruft uns an. Da helfen wir euch gern weiter. Die Testfahrt haben wir erfolgreich überstanden. Jetzt geht es ans Eingemachte. Kommen wir mal zum Preis. Im Lieferumfang vom e-Propulsion e-Light ist ja bereits alles enthalten, um direkt loszufahren. Der Motor mit Pinne, Propeller, Akku, Ladegerät, Magnetschip, Tragetasche und Bedienungsanleitung. Den Motor gibt es für 1099 Euro und das ist im Vergleich zur Konkurrenz echt gut und damit der günstigste Außenborder mit integrierter Batterie auf dem Markt. Wenn ihr nach dem Video denkt, dass der e-Propulsion e-Light zu euch und eurem Boot passt, dann schaut doch gern mal in unserem Online-Shop vorbei. Hier könnt ihr die Motoren mit dem gewünschten Zubehör konfigurieren und natürlich auch direkt online zu euch nach Hause bestellen. Den Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ja, ich kann mich nur bei euch bedanken für die Unterstützung. Ihr macht es überhaupt erst möglich, dass wir Videos für euch produzieren. Besten Dank. Für welches Boot eignet sich der 500-Watt-Motor? Für Tenderboote ist der e-Propulsion e-Light aus unserer Sicht wirklich perfekt geeignet. Natürlich auch wenn ich mit dem Schlauchboot nur kurze Touren mit ein bis zwei Stunden Fahrzeit mache. Ansonsten kann man den e-Light natürlich auch an Kajaks oder Ruderbooten wie eine Anker nutzen oder auch an anderen kleinen Sportbooten. Hier würden wir ein maximales Gewicht von 500 Kilogramm empfehlen. Wenn es mit der Aufhängung passt, ist der e-Light aber auch genial für Segelboote. Da brauche ich den Motor ja ohnehin nur zum An- und Ablegen und als Flautenschieber. Alles in allem also wirklich ein sehr variabler E-Motor. Lasst uns doch mal anschauen, welche Außenborder mit integrierter Batterie es in dem Leistungsbereich noch gibt und wie viel diese kosten. Von Torkido gab es ja mal den 603. Der wurde jedoch eingestellt. Der Travel 603 war mit 15,5 Kilogramm auch gut doppelt so schwer. Die Dauerleistung war zwar ein bisschen höher und die Batterie etwas größer, aber vom Handling war das Ganze nicht ganz so gut durchdacht wie beim e-Light. Ansonsten gibt es noch den sehr, sehr leichten Trust-Me-Kicker aus Norwegen. Mit nur 4,4 Kilogramm ist der Motor in der Gruppe der Tendermotoren am leichtesten. Der Motor hat 1 kW Leistung, also etwas mehr, aufgrund des kleinen Propellers aber auch nur einen ähnlichen Vortrieb. Die Batterie ist etwas kleiner und auch nur für Kurzstrecken ausgelegt. Der Preis ist jedoch gut 350 Euro höher. Mit der Fernbedienung hat der Motor zwar noch ein paar Vorteile im Handling, die Optik ist jedoch etwas klassischer gehalten. Nicht vergessen dürfen wir auch den Temo 450 aus Frankreich. Temo hat ja ein ganz anderes Konzept gewählt für die Lenkung, das auf den ersten Blick etwas gewöhnungsbedürftig erscheint, aber auch seine Vorteile hat, gerade bei der flexiblen Eintauchtiefe und dem auf dem Strand auffahren. Mit 4,9 Kilo ist der Motor, genau wie der Kicker, extrem leicht. Leistung und Batteriegröße sind ebenfalls vergleichbar. Allerdings ist der Temo 450 mit 1589 Euro auch knapp 500 Euro teurer als der E-Lite. Kommen wir nun zu meinem Fazit. Das Gesamtpaket vom E-Propulsion E-Lite ist zu Recht eingeschlagen wie eine Bombe. E-Propulsion ist im Vergleich zu anderen Herstellern mehrere hundert Euro günstiger und das trifft einfach den Nerv der Zeit. E-Mobilität bietet viele Vorteile, muss aber auf der anderen Seite auch bezahlbar sein. Gerade für die Kurzstreckenfahrer waren die Motoren mit einem KW oft zu schwer und auch zu teuer. 2000 Euro sind nun mal eine Stange Geld. Mit 1099 Euro ist der E-Lite schlichtweg der günstigste Außenborder mit integrierter Batterie auf dem Markt. Zusätzlich gibt es mit Tragetasche, Zubehör und Display ja auch hier und da viele kleine Verbesserungen. Bis auf die nicht herausnehmbare Batterie fällt mir ehrlich gesagt kein Manko oder Kritikpunkt ein. Ihr müsst auf jeden Fall bedenken, dass immer nur eine begrenzte Stückzahl in Deutschland ankommt. Von den ersten konnten wir uns direkt einige sichern und die waren schon innerhalb der ersten Woche ausverkauft. Von daher, wenn ihr euch für den Motor interessiert, bestellt bitte rechtzeitig. Wenn ihr zum E-Lite noch Fragen habt oder Erfahrungswerte wünscht, dann meldet euch doch einfach bei uns. Unsere Telefonnummer und E-Mail-Adresse blende ich euch hier unten ein. Der E-Lite kommt bei uns in den Showroom, ihr könnt also auch gern vorbeikommen. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Habt einen wunderschönen Tag und macht's gut. Euer Johann Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.